Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Kaffee-Chall. In dieser Folge sprechen meine Mama Nathalie und ich Azor darüber, wie sie auf Mascara verzichtet, warum wir unsere eigenen Trendsetter sind und halten fest, dass meine Mama alles für meinen Papa ist, nur nicht seine Mutter, die ihn ankleidet. Holt euch ein Kaffee-Chall, macht es euch gemütlich und viel Spaß beim Zuhören. Hi mein Schatz. Hallo Mama. Hi. Du hast mir, habe ich gerade gesehen, jetzt zwei Tassen Kaffee gemacht. Ich dachte zuerst, ich trinke einen und dann war ich so, nein, vielleicht trinkst du ja zwei und habe mir von der anderen Kaffeekanne einfach ein Stück einfach in meinen reingegeben, weil ich habe deinen genommen. Aber wie wenn du es gewusst hast, ich brauche diesen Kaffee, ich will jetzt Wimpern machen und ich brauche jetzt meinen Kaffee. Vielen Dank, Schatzi. Das war dein Termin. Das war mein Termin. Ich dachte, du gehst zum Arzt oder so. Die Wimpern machen lassen, das ist wirklich ganz wichtig. Für Mama, für mich. Wie viel zahlst du eigentlich für Wimpern? Also für Wimpern nachfüllen zahle ich bei meiner Wimpern-Visagistin 60 Euro. 60 Euro? Mhm, zum Nachfüllen. Und wie lange halten die? Boah, bei mir halten sie bestimmt drei Wochen. Aber das ist kein neues Set, das ist zum Nachfüllen. Da gehst du, also bei meiner halten drei Wochen, weil ich gehe sehr vorsichtig mit meinen Wimpern um, weil das ist doch viel Geld, 60 Euro. Also ich käme sie ganz vorsichtig, ich mache sie nicht nass. Vor allem, wenn du sie zuerst machen lässt, darfst du 24 Stunden, also dürfen sie nicht nass werden. Wow. Ja, das ist, und für meinen Blick, siehst du, Mama schminkt sie, ich schminke mich sowieso kaum. Du weißt es. Liebkloßhaare kämen und das ist alles. Gefällst dir? Siehst du eine Bombe aus. Ich finde... Das ist L-Curly. Das hat mir Anja gesagt, ja. Was heißt L-Curly? L-Curly, das ist wie Buchstabe L. L-Curly, das geht gerade und dann schlag nach oben. Und ich habe kleine Augen, eher ein bisschen so schräg, klein, so, du hast das von mir, diese wunderschöne Augenform. Und damit mein Blick klarer ist, habe ich L-Curly. Ich finde nämlich, wenn dein Gesicht schön ist, dann machen so Wimpern gar keinen Unterschied mehr. Oh mein Gott, Bebo, das ist, das macht es aus, Mascara, weißt du, wie oft ich Mascara früher benutzt habe. Dann habe ich Allergie auf Mascara gekriegt. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, weil Anja, sie ist eben auch Wimpern-Visagin und meine Tochter ist in Graz. Jetzt meine liebe Adrienne macht mir die Wimpern und ich bin so dankbar. Ich muss nicht mehr Wimperntusche kaufen gehen, dann muss ich nicht schauen, ist sie wasserfest. Schatzi, das sind alles sehr wichtige Sachen. Ich war ja letzte Woche in Graz. Ich war jetzt bei der Anja, gell? Ja, und dann bin ich zuerst durch die Stadt gegangen. Blödsinn, das war gar nicht in Graz. Ich bin nach Wien gefahren und bin vom Westbahnhof durch den siebten Bezirk durchgegangen. Okay. Und da war so eine Gruppe von, ich glaube, das waren Arbeitskolleginnen oder sowas. Und die haben geredet und ich bin so vorbei und dann habe ich eine aufgeschnappt. Die hat angefangen zu sprechen und war so, wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Und die waren so, was denn, was denn? Axt, die Schuhe. Axt sind die schlimmsten, hast du an deine Mutter gedacht, die retten mich. Ich habe so an dich denken müssen und die sind so abgegangen. Die waren so, oh mein Gott, ja, die schlimmsten Schuhe, so schirr, bla bla bla. Wie bitte? Und du hast noch vor, ich glaube, das war vor drei, vier Tagen oder so, hast du gedacht, boah, Axt sind die Lebensretter. Ich liebe diese Schuhe. Ich habe so an dich denken müssen. Seit Mama vor sieben Jahren an Blasenentzündung gelitten hat, Blasenentzündung, zwei Antibiotika-Therapien, bin fast im Krankenhaus gelandet. Seitdem trage ich Axt. Axt Frühlingskombination, Axt im Winter, Axt in Hausschuheform. Mama schaut, wenn es Seils sind, dann kann ich gute Axt erwischen. Die gibt es mit Absätzen, die gibt es mit Plateau, die gibt es gerade, die gibt es in Tigermuster, in Beige, in Rot, in Weiß. Du kannst zum Beispiel im Frühling, Frühling Richtung Sommer, wenn es gefährlich ist, sich zu verkühlen, kannst du barfuß rein. Jetzt, jetzt fange ich schon mit Axt. Seit ich Axt trage, das ist eine Wolle drinnen. Wir wissen alle, was Wolle heißt. Und ich habe keine Blasenentzündung mehr, nichts mehr. Also ich schwöre auf die Axt, was Wärme betrifft und vom modischen Aspekt her. Ich glaube, das ist nämlich ein Problem, weil ich kenne dich ja schon mein ganzes Leben und du bist eine Fashion-Ikone. Und auch über das hinaus, mein Schatz. Und über das hinaus. Du hast eine Gabe, dass du Dinge richtig gut kombinieren kannst. Ja. Du bist so ein Mensch, der zieht Axt an und der rockt sie mit einer Jeans, mit einem Oberteil. Du bist vielleicht so fünf Minuten im Schlafzimmer und kommst mit einem Outfit raus, wo sich, glaube ich, manche Leute so eine halbe Stunde den Kopf zerbrechen und selbst dann nicht auf das Outfit kommt. Glaubst du, ist das eine Sache, warum manche Schuhe manchen Leuten nicht gefallen, weil sie sie einfach nicht kombinieren können? Ich beobachte Menschen mein Leben lang. Und seit ich das Beste in meinem Leben bekommen habe, das seid ihr vier, meine vier Kinder, habe ich auch angefangen, Jugend zu beobachten. Zum Beispiel, wenn ich im Winter euch junge Menschen sehe mit Sneakers und diese kleinen Socken für die Sneakers und draußen schneit es und dann die Hosen noch hochgekrempelt und dann in zwei Wochen, äh, 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 grippaler Effekt etc., denke ich mir oft, tragen das die Menschen, weil man es den Menschen im Fernsehen zeigt oder weil sie sich wirklich denken, na, das trage ich, weil ich das mag. Zum Beispiel, mir hat eine gute Freundin immer gesagt, Natalie, das gibt es nicht, das, was du heuer ansiehst, nächstes Jahr ist das ihn. Aber dadurch, dass ich wenig Fernsehen schaue, kriege ich da nicht viel mit. Ich gehe von mir aus, ich ziehe die Sache an und denke mir, fühle ich mich wohl? Ist meine Energie dabei? Weil du kannst, Schatzi, Klamotten, durch die Klamotten kannst du Energie aufladen, aber genauso können die Klamotten und die Schuhe Energie wegnehmen. Die Axt kamen in mein Leben, weil du weißt, du warst da, wie alt warst du da? Vielleicht zwölf oder dreizehn, Blasenentzündung, zweite Antibiotika, Ich glaube, ich war da älter sogar. Oder älter, 40 Fieber im Bett gelegen und dann hat mir meine Tante damals gesagt, Natalie, das kommt von den Füßen, weil du hältst deine Füße nicht warm. Und dann habe ich mir die Axt angeschaut und dann habe ich mir gedacht, wieso soll ich mich nur auf Winter reduzieren? Ich werde Axt tragen immer, wann ich will. Ich habe mir verschiedenste Modelle gekauft und ich kombiniere mein Anziehendasein, kombiniere ich mit meinem Gefühl. Ich lasse mir von keinem Designer sagen, trage ich jetzt meine Schlagerhosen oder trage ich sie vor zehn Jahren oder trage ich sie in zehn Jahren, sondern ich trage meine Sachen nicht jemanden da draußen, sondern mir. Ich liebe meine Axt im Sommer, ich liebe sie im Winter, ich liebe sie im Herbst, ich liebe sie im Frühling und ich lasse keinem Menschen, keinem Amani, keinem Deutsche Cabana, keinem, was für Sie, welchen Stylisten dieser Welt sagen, was und wann ich etwas anziehen sollte. Und vor allem, ich habe gesagt, ich verstehe Leute nicht, die Sneakers jetzt im Winter im Schnee tragen. Ich verstehe sie nicht aus dem medizinischen Aspekt, weil ich mir denke, der verkühlt sich und so. Aber ich würde nicht hingehen und sagen, hey, das ist falsch. Das solltest du nicht tragen, weil das ist gerade nicht in. Also sowas würde ich nie machen. Ich finde schon, dass es so Klamotten gibt, die andere Leute tragen und für einen selber sind die so schlimm. Ich fand, vielleicht passen ihnen die Axt einfach nicht, aber ich muss halt so an dich denken. Vorgestern im Zug, da war so ein älteres Ehepaar, ich glaube, die waren 80 Jahre alt oder sowas. Ich weiß nicht, was ältere Personen immer haben. Also der Mann hatte so, weißt du, dieses gestreifte, gebügelte Hemd, aber kurzärmlich, so Standard. Und dann so eine Weste drüber. Und die Frau hatte auch eigentlich voll die coole Hose an, auch voll die coolen Schuhe, aber diese komische Weste. Und ich glaube, alte Personen vor allem denken, und du hast es auch vor langem gedacht bei mir, dass Westen so irgendwie einen Schutz bieten, sodass es wärmt. Ein Brustkorb, ja. Ja, aber jedes Mal, wenn ich dachte, oh, draußen, es ist jetzt nicht super kalt, aber schon ein bisschen kälter und ich ziehe nur eine Weste an, bin ich immer krank geworden. Und seitdem habe ich dann aufgehört, Westen zu tragen. Obwohl jeder immer meint, die sind so Übergangssachen, das ziehst du jetzt im Oktober an, weil ich durch die Westen voll unterschätze, wie kalt es eigentlich wirklich ist. Und ich das eigentlich auch brauche, dass meine Arme und so auch gewärmt sind. Und dann verkühle ich mich meistens. Das ist wichtig. Du, jeder Mensch, also jeder Mensch muss für sich herausfinden, welcher Körperteil am empfindlichsten ist. Bei mir sind das die Füße. Ich kann oben frieren, wenn mir die Füße kalt sind. Dann kannst du zu 100 Prozent sicher sein, Blasenentzündung, Verkühlung. Jetzt diesen Sommer, die Abende waren so früh, so kalt. Und dann habe ich mir bei der Sale, habe mir diese kurze Axt geholt und die trage ich jetzt bei kalten Sommerabenden. Die ziehe ich an zu einem Kleid, zu einem Shirt. Ich liebe das, was ich anziehe. Verstehst? Ich liebe es. Das ist für mich, ich weiß es nicht. Ich finde es ganz wichtig, dass jeder Individuum für sich herausfindet, was trage ich gern. Zum Beispiel, ich bin allergisch auf das, wenn eine Frau, wenn meine Freundin oder Frauen sagen, ich sage meinem Mann, was er anziehen soll. Oder mein Mann hat keine Ahnung, was Mode ist. Oder mein Mann kann sich nicht anziehen. Entschuldige. Ist dein Mann, bevor er dich kennengelernt hat, nackt herumgelaufen? Ich will so einen Mann nicht. Ich will einen Mann, der weiß, was er anziehen will, was er mag und mit was er sich identifizieren kann. Wenn Papa, wenn ich und Papa unterwegs sind, du weißt, wir sind so unterschiedlich angezogen. Aber das macht uns aus. Und das habe ich bei euch Kindern gemacht. Ich habe nie geschaut, ihr müsst alle gleich angezogen, gleiche Stilrichtung. Sondern, ich glaube, ich habe dir schon mit zehn gesagt, so viel Geld bekommst du, zehn, elf, Europack war man. Habe ich gesagt, Azo, glaube ich, und da irgendwo war man da, kauf dir das, was gefällt dir Azo. Du darfst drei Sachen kaufen. Das stimmt. Das war H&M meistens. Ja, und ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich bin da so komisch, ich bin so allergisch, wenn ein Mann, erwachsener Mann, nicht weiß, was er anziehen soll. Natürlich, es ist schön, es gibt Frauen, die haben diesen Talent, was einem passt. Aber genauso gibt es Männer, die haben ein Talent, was einem Frau besser passen könnte. Ja, ich meine, schau dir die ganzen Modedesign an, das sind ja oft auch Männer, also das ist ja nicht, dass man sagt, nur Frauen wissen, wie sich Männer anziehen sollen. Aber ich glaube, das ist interessant, was du sagst, weil ich glaube, Männer, bei denen ist es ein bisschen egal, was sie anziehen. Nicht alle, nicht alle. Also nicht, dass es ihnen egal ist, aber im öffentlichen Bild ist es nicht so wichtig, was ein Mann anzieht. Und bei Frauen, wenn du dir die ganzen Klatschmagazine anschaust, dann kommt ihr ganz schnell, vor allem bei Superstars, was hatte sie an, so zum Beispiel. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch wieder, dass man dann als Frau sagt, ja, du ziehst das an und du ziehst das an, weil ich weiß jetzt, was gerade in ist und ich weiß, was dir steht. Und Männer sind so, ja, okay, so, weil die das eigentlich nicht, die meisten interessiert das einfach nicht so, weil es, glaube ich, für sie nicht so relevant ist, wie sie aussehen. Ich bin nicht Mutter von deinem Vater, sondern ich bin Frau von deinem Vater. Seine Liebhaberin, seine Frau, seine Partnerin und seine Freundin. Seine Mutter lebt, Gott sei Dank noch, und sie hat ihm das beigebracht oder gezeigt. Weil wenn ich zu deinem Vater sagen würde, das passt dir nicht oder das ziehst du jetzt an, würde er das niemals machen, weil er hat sein eigenes Ding und das liebe ich. Und das habe ich versucht, von klein auf dir, persönlich dir, weil du ein Mann bist, in der Gruppe von den Schwestern, dass es ganz wichtig ist, dass du dir sicher bist, was du anziehen möchtest. Natürlich, man ist ab und zu unschüssig oder mit diesem Beige-Ton, weil du hast die gleiche Haarfarbe wie ich, gleiche Augenfarbe wie ich. Und ich habe mir gedacht, aha, vielleicht könnte der Arzt auch wirklich beige passen und habe mal was mitgenommen, muss ich dazu sagen. Beige-Pass mit beige. Ich habe dir auch mal was mitgenommen. So ist es nicht, ich bin doch eine Frau. Aber ich wollte dir jetzt einfach mit diesem ein Sweatshirt, glaube ich, war es von Sarah, wollte ich dir zeigen, hey, probier mal beige. Es könnte sein, dass es dir passt. Aber nicht mit diesem Du hast keine Ahnung und die sagt jetzt, was du anziehst. Das würde ich nie machen. Und ich glaube, dass diese jungen Frauen nie Axt angezogen haben. Weißt du, wie lange du in eine Axt zu Fuß gehen kannst? Es gibt jetzt Studien, sozusagen manche schreiben, es ist nicht gut für den Fuß und, und, und. Aber ich bin sehr oft, sehr lange mit der Axt unterwegs gewesen. Und ich habe nie was gehabt. Also ich sage dir ein Schatzi, ihr Schuhe auf meine Axt. Also meine Lieblingsschuhe sind, ich sage die Firma nicht. Aha, ach so. Ja, okay. Aber wir haben jetzt voll viele Firmen genannt eigentlich. Oh Gott, ja, aber das ist, tut, oder? Ist ja egal. Also keine Produktplatzierung, wir werden noch nicht finanziert. Und falls es so ist, werden wir das halt auch markieren. Auf alle Fälle, also unbezahlte Werbung. Puma, ich sage es dir, wir haben auch letztens diese, Puma, diese Weißen, diese Turnschuhe, die, wo wir letztens im Sale gekauft haben, für 50 Euro. Das sind die besten Schuhe meines Lebens. Vielleicht passen sie für andere nicht. Nein, na, Puma hat dich geprägt. Ich sage Puma. Kannst dich an die Puma für die, wo ich dir, da warst du, glaube ich, für den Winter. 13 oder 12, da sind wir zum Hummer nicht, glaube ich, oder so. Und da habe ich dir Puma, Gore-Tex, Winterstiefel gekauft. Und das hatte ich so geprägt, glaube ich. Das sind die besten Schuhe überhaupt. Aber ich weiß nicht, dürfen wir das jetzt die Firmen erwähnen? Ich meine, wir haben unser Kaffee geklebt. Ja, wir kriegen kein Geld. Nein, aber es ist ein offener, ich sage ehrlich, was ich meine. Ja, aber falls wir Geld, falls uns etwas finanziert, müssen wir das halt sagen. Aber das war jetzt alles. Gut, mein Schatz, Mama geht jetzt ein bisschen was kochen. Ich danke dir für die Zeit. Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, bis bald. Ciao. Ciao, Papa.